Mein Name ist Michael Oschmann. Ich darf hier und heute mehrere hundert Sell-Werkerinnen und Sell-Werker repräsentieren. Wir haben uns zur Aufgabe gemacht, den Mittelstand zu digitalisieren. Warum wir? Wir glauben, dass wir durch unsere hervorragenden Beziehungen zu den großen Ökosystemen an der Westküste der USA, sei es Google, Facebook, Apple, Amazon oder Microsoft, eigentlich immer wissen, was passiert. Und wir haben den großen Vorteil, dass wir auch den Mittelstand verstehen. Zum einen ist hier eine Truppe mit enormem Herzblut am Werke, die hier wirklich auch viel Freizeit investieren, die viele Content-Veranstaltungen organisieren. Und zum anderen sind aber auch sehr viele Teilnehmer mit dabei. Und diese Teilnehmer eint eigentlich eine Eigenschaft auf jeden Fall, nämlich Neugierde. Und ich glaube, dass wir als Unternehmen, das von einem 65-Jährigen gegründet wurde, diese Neugierde und Naivität für neue Dinge uns gerne auch bewahrt haben und deswegen prädestiniert sind, hier mitzumachen. Deswegen nutzt alle den Netzwerkeffekt, kommt mit. Je mehr mitmachen, desto mehr können wir alle davon profitieren. Wir freuen uns auf jeden Fall drauf.